So, ihr wurdet ja vorgewarnt. Ist Mikro an? Test, Test. Sehr schön. Ihr wurdet ja schon letzte Woche vorgewarnt, habe ich gehört. Ich bin Raichu. Ich bin so einer dieser verrückten Menschen, die Heskel tatsächlich in der Industrie einsetzen. Ich verdiene da mein Geld mit. Also den ganzen Tag schreibe ich Heskel-Code und werde dafür bezahlt, was ich ganz schön finde. Ich habe auch ein bisschen den Ruf, Leute schnell abzuhängen. Das soll nicht der Fall sein. Darum haben wir diese schönen Stoppschilder ausgedruckt, die ihr dezent auch vielleicht für eure Kommilitonen nicht sichtbar wedeln könnt, dass ich so ein leicht visuelles Feedback bekomme, wenn ich irgendwo zu schnell bin. Ich habe nämlich viel Kram, also wirklich viel Kram. Ich habe irgendwie 470 Zeilen Code, die ich heute irgendwie euch vor die Füße werfe, was bei mir auch ein bisschen anders ist, weil ich mache weniger Slides. Ich möchte euch eigentlich mehr Code zeigen, weil ich finde, es wird zu wenig Code gelesen. Es gibt immer viele Vorträge, wo man dann so Slides und dann irgendwelche Sachen erklärt, aber wir lesen wenig Code, was eigentlich blöd ist, weil stellt euch einen Buchautor vor, der nur schreibt und nicht liest. Finde ich immer ein bisschen schwierig. Darum kann man die einfach irgendwie so rumgeben und dementsprechend auch noch, damit wir so ein bisschen, weil ich habe, wie gesagt, viel Stuff und ich möchte euch nicht abhängen. Aber ich weiß, dass ich war ja auch mal Student, nicht lange, aber habe ich so ein bisschen Motivierzeug dabei. Für jede themenbezogene Frage habe ich ein Mamba. Also auch für die Leute, die Veganer sind, das Zeug ist vegan. Fürchterlich süß, aber gut. Also für jede themenbezogene Frage gibt es dann was zu knabbern. Nein, nicht wirklich zu knabbern. Ich habe leider keinen Mr. Tom gefunden, aber naja. Für Fragen, die ihr stellt, genau. Also ich will von euch fragen. Für eine Antwort gibt es natürlich auch eins. Also wenn ich eine Frage stelle und jemand da eine tolle Antwort drauf hat, soll er ja auch belohnt werden oder sie. Insofern, ja, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, drücke ich mal hier die Aufnahme an. Und fangen wir an. So, ja, perfekt. Also ich will heute ein bisschen über Haskell-Typen reden, was man mit dem Typsystem alles so anstellen kann. Und halt auch ein paar Beispiele zeigen, wie man das anwenden kann, damit wir so ein paar weniger Fehler haben in der Software. Weil ihr kennt das sicherlich alle, wenn ihr irgendwie ein Programm schreibt und das dann das erste Mal ausführt, werdet ihr so beglückt mit schönen Sachen wie Segmentation-Forwards und Undefined-Is-Not-A-Function, Null-Pointer-Exceptions. Und das sind tatsächlich alles so Fehlerklassen, die kenne ich alle gar nicht mehr. Das ist tatsächlich so, ich sitze halt bei mir im Büro und das sind Bugs, um die ich mir keine Sorgen machen muss. Das ist einer der Gründe, warum ich Haskell tatsächlich auch in der Industrie einsetze, weil ich möchte mich nicht darum kümmern, irgendwelche solche Sachen wie Null-Pointer oder sowas abzufangen. Das steht dem Problem im Weg. Ich will das Problem lösen und nicht irgendwie die Sprache davon überzeugen, das zu machen, was ich denn gerade von ihr hätte. So, und damit wir jetzt auch ein bisschen Recap haben, ich weiß, dass Jonas das schon mal ein bisschen vorgestellt hat, aber ich möchte das nochmal, damit wir alle jetzt irgendwie auf dem gleichen Level sind, wollte ich einmal nochmal kurz darüber reden, was ein Haskell-Typ ist. Und eine relativ gute, naive Vorstellung ist, sich das Ganze als eine Menge vorzustellen. Wir haben halt, wenn wir uns ein Boolean vorstellen, da ist halt ein Wert true, ein Wert false und wir haben halt immer auch so ein Undefined mit drin, was im Grunde ja nicht Terminierung ist oder kann man sich auch vorstellen als eine Berechnung, die noch nicht zu Ende ist. Also wir haben halt dieses Undefined ist gleich Undefined. Ist ja in der Prelude auch definiert. Benutze ich manchmal einfach als Platzhalter, wenn irgendwas typechecken muss. Aber das ist dann tatsächlich das, was wir ein Lifted-Type nennen. Also Lifted-Typen sind die, die dieses Undefined, dieses Bottom noch zusätzlich mit drin haben. Also ein Boolean kann halt in Haskell drei Werte haben. True, false und Undefined, also nicht Terminierung. In JavaScript hat es fünf, sage ich immer. True, false, Undefined, null und nicht Terminierung. So viel darüber, dass man sich da ein bisschen mehr Gedanken machen muss. Ja, und dann stellt sich jetzt natürlich so ein bisschen die Frage, oder zumindest mir stellt sich die Frage, wo leben diese Typen? Und das Ganze ist praktisch nochmal so eine Hierarchie oben drüber. Also Typen leben auch in einem großen Set und dieses Set ist offen. Und wir sprechen hier von Kints. Wir sagen, Boole hat die Kint-Type. Dieses Sternchen sprechen wir Type aus. Und da leben halt praktisch all diese Typen drin. Und die können wir dadurch, dass wir im Grunde so eine New-Type-Deklaration oder so eine Data-Deklaration machen, können wir dieses Universum praktisch für uns einfach so erweitern, wie wir das haben wollen. Also im Grunde kann man dieses Doppelpunkt-Doppelpunkt liest man jetzt nicht unbedingt als hat den Typen, sondern ist irgendwie qualifiziert. Also int ist ein Typ und true ist ein Boolean. So lese ich das meistens immer konzeptionell. Das hattet ihr schon, oder? So von Kints ist das schon mal gesprochen worden. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, hier sind Süßigkeiten. Okay, gut. Aber es gibt auch mehrere von den Dingern. Was wir wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen haben, es gibt auch diese Kind-Constructors. Also Type-Constructors, Entschuldigung. Maybe nimmt zum Beispiel einen Typen entgegen und ist ein Typ. Liste nimmt einen Typen entgegen und liefert uns einen Typ. Und ja, hier wird es halt besonders interessant, so bei Funktionen, die kriegen halt einen Input-Type, einen Output-Type und Funktionstypen sind dann halt auch logischerweise wieder Typen. Da geht es dann halt weiter. Und was für viele so ein bisschen so, dann kommen auf einmal diese Type-Classes. Die stechen irgendwie so heraus. Die müssen ja auch irgendwo leben. Wir können einfach mal kurz, da gucken wir uns die einmal kurz an. Ich kann gleich ein bisschen in die Reppel gehen und euch das Zeug mal ein bisschen zeigen, wie man tatsächlich jetzt herausfindet, was für eine Kind was hat. Und wir haben so Class-Show-A und Class-Monat. Und die Teile leben tatsächlich auch in der eigenen Kind. Zum Beispiel Show. Das Ganze sieht so aus. Also ich stecke hier einen Typen rein und es fällt ein Constraint raus. Das ist kein Type mehr. Das lebt praktisch, wir haben praktisch so ein Universum, was neben den Types lebt. Und damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Und das ist besonders interessant. Hier geben wir nicht einen Typen rein, sondern einen Typ Konstruktor. Also wir sprechen hier von sogenannten Higher Kines. Da steigen schon die meisten Programmiersprachen aus. Also das kriege ich noch mit viel Biegen und Brechen in C++ hin. In Scala muss ich dafür eine spezielle Language Extension anmachen. Aber in Haskell ist das einfach da. Und man denkt auch gar nicht drüber nach. Das finde ich auch immer relativ witzig, wenn man Leuten erklärt, warum das was ganz Besonderes ist. Das fühlt sich total straightforward an. Aber dann sollte man die Leute mal irgendwie dazu auffordern. Jetzt implementiere das mal in deiner Programmiersprache. Das führt dann immer zu sehr awkward Momenten. Und ich mache mal eben kurz ein GHCI auf. Ich habe jetzt hier für die Session einen 8.0er, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Also da sind einige Sachen ein bisschen anders. Und wenn ihr im Grunde wissen wollt, was für eine Kind etwas hat, könnt ihr Doppelpunkt Kind eingeben. Und bekommt im Grunde von der Rappel schon gesagt, was im Grunde los ist. Kann ich auch sagen Kind von Show. Und da bekommt ihr genau das gesagt, was ich gerade eben euch erzählt habe. Ist das soweit klar oder ist das irgendwie, ich habe noch keine Stoppschilder flatternd sehen. Hast du eine Frage? Der Stern. Welcher? In welcher Zeile? Bei Show oder bei Int? Das heißt einfach, Int ist ein Typ. Das sind Typen. Ein Bool ist ein Typ, ein Int ist ein Typ, ein Char ist ein Typ. Das sind alles Typen. Aber es gibt neben Typen noch andere Universen. Zum Beispiel Constraint. Show nimmt einen Typen entgegen. Zum Beispiel, ich möchte eine Show-Instanz für Int machen und liefert mir dann ein Constraint. Achso, ich muss dich jetzt noch füttern. Nehmt ihr was raus? Die Frage war nämlich auch gut. Das ist im Grunde, wenn wir uns jetzt nochmal kurz die, obwohl wir können uns einfach kurz besser die Instanz angucken von Show zum Beispiel. Oh, das ist jetzt ein bisschen viel des Guten. Wir sehen hier nämlich auch alle Instanzen. Also du hast ja hier praktisch, wenn ich jetzt hier eine Instanz mache, mache ich ja Instance, Show, Int zum Beispiel. Das heißt, ich stecke hier praktisch ein Int rein, also einen Typen. Und raus kommt ein Constraint. Constraint ist immer das, was vor diesem, wenn ich irgendwie so eine Funktion habe, wie zum Beispiel Show. Alles, was vor diesem dicken Error, kannst du das noch sehen von da? Alles, was vor dem Ding hier steht, vor diesem Fat Error, das ist ein Constraint. Das ist kein Typ mehr. Du kannst hier nicht schreiben Int Fat Error und dann irgendwas dahinter. Du musst die beiden Dinger trennen. Die müssen in unterschiedlichen Universen leben. Wir können danach nochmal weiter darüber reden, okay? Ist jetzt, also die Constraints zu verstehen, ist jetzt im Grunde nicht so fürchterlich wichtig. Ich will einfach nur zeigen, da leben die Teile. So. Eine Sache brauche ich nochmal kurz. In Constraints leben natürlich nicht nur Sachen, die über Instance, über Instance-Deklarationen führen, sondern da leben auch noch Sachen, wie zum Beispiel, ich habe einen Beweis dafür, dass dieses A ein Int ist. Und das ist besonders interessant. Das heißt im Grunde, ich habe einen Beweis dafür, dass auf der Maschine ein Int genau das gleiche ist wie ein H. Das wird beides auf der Maschine durch ein Integer-Bitmuster, wenn ihr so wollt. Das hat das gleiche Bitmuster. Das heißt, wir können die Dinger ohne Verlust hin und her konvertieren. Das ist nochmal relativ praktisch. Das benutze ich an einer Stelle, das sieht jetzt ein bisschen aus wie böhmische Dörfer. Aber ich habe dafür ein konkretes Beispiel. Vielleicht wird es anhand des konkreten Beispiels gleich ein bisschen einfacher. Was ist Age? New-Type-Deklaration ist im Grunde, wenn ich, ich möchte jetzt zum Beispiel Zahlen verwenden. Ich muss dich füttern. Zahlen verwenden. Und praktisch, also ich möchte ein Alter. Alter ist irgendwie 13 Jahre oder 14 oder 35 oder was weiß ich. Und ich möchte dafür ja Zahlen verwenden. Aber ich möchte jetzt nicht irgendeine Zahl verwenden. Sondern zum Beispiel, eine Zahl kann ja auch irgendwie, ja was weiß ich, eine Hausnummer sein. Oder was. Man möchte das ja, wir möchten das ja praktisch davoneinander trennen. Und darum kann ich einen New-Type definieren, der im Grunde sich verhält wie ein Integer, aber ein anderer Typ ist. Also wir können darauf dann auch so eine Num-Instanz machen, dass wir Arithmetik auf dem Ding machen können. Aber auf der Maschine, für die Maschine selber, ist das ein Integer. Und das ist vom Overhead für die Maschine besser. Weil ich muss das Ding nicht mal ein- und auspacken. Und ich habe einfach ein Integer, mit dem ich direkt da arbeiten kann. Das ist eine Optimierung an der Stelle. Ist das soweit klar, oder? Also wenn ich irgendwas erkläre, was nicht eindeutig ist, dann bitte auch drauf aufmerksam machen. So, ich habe gehört, Language Extensions sind mal kurz angerissen worden. Ich werde euch heute mit Language Extensions ordentlich betanken. Also Language Extensions sind im Grunde eine Möglichkeit, also besonders Leute, die den GRC nutzen, und wir nutzen ja eigentlich alle, gerne verwenden, um die Sprache ein bisschen aufzubohren. Weil im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, wir programmieren, Haskell ist eigentlich nur die Oberflächensprache, mit der wir arbeiten. Das Ganze wird runterkompiliert zu einer Sprache, die heißt Core. Und die ist relativ simpel. Und die kann im Grunde eigentlich all das abbilden, was diese ganzen verrückten Language Extensions machen. Was daran ganz witzig ist. Das heißt, wir haben eine relativ kleine Sprache, die ist auch relativ einfach zu überprüfen, dass das korrekt ist. Aber wir können mit dieser Language Extension uns selber mehr Ausdrucksstärke geben. Und das werde ich heute ziemlich viel machen. Und fangen wir erstmal an mit Code. So, jetzt kommt der Code-Teil. Und als allererstes, I accidentally build a programming language. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum baut man Programmiersprachen. Das passiert erschreckend oft. Gut, wenn ihr zum Beispiel irgendeine Domäne oder sowas ausdrücken wollt. Ihr müsst zum Beispiel irgendwie eine Beschreibungssprache bauen für euren Kollegen, der jetzt irgendwie, was weiß ich, schlechtes Beispiel, auch Physiker ist. Oder Physikerin. Die müssen dann halt im Endeffekt nicht Haskell lernen, sondern ihr könnt diese Programmiersprache bauen, die ihre Domäne ausdrückt. Und das ist dann einfacher. Die müssen dann praktisch nur noch diese DSL lernen, diese domänenspezifische Sprache. Und Haskell kümmert sich darum, dass das alles korrekt ist. Das machen wir relativ oft teilweise für so kleine Probleme. Wenn man eine Library schreibt, die ein Problem beschreibt, ist das oft manchmal eine kleine Programmiersprache um dieses eine Problem drumherum. Passiert, wie gesagt, öfter, als man sich das vorstellt. Und was ich jetzt hier gemacht habe, ist eine relativ primitive Sprache. Also wir haben einmal diese Sprache, gibt es Expressions. Wir haben ein Boolean hier definiert. Das ist einfach nur ein Boolean. Dann haben wir hier ein Integer. Also das sind die, nicht dass ihr das jetzt durcheinander werft. Das hier sind die Konstruktornamen. Und das sind die Typnamen. Ich mache immer gerne, also das ist auch so ein bisschen so ein Element, so ein Stilmittel, was viele Leute gerne verwenden. Den gleichen Namen verwenden, weil das ist ja im Grunde, lebt auf der Value-Ebene und das lebt auf der Typ-Ebene. Wir trennen ja irgendwie, wenn ich zum Beispiel sage, x ist ein Int. Dann ist ja hinter dem Doppelpunkt, ist ja die Welt der Typen und davor ist die Welt der Values. Die ist ja durch dieses Doppelpunkt, Doppelpunkt voneinander getrennt. Und darum können wir halt auch Values nehmen, die zum Beispiel Boolean heißen oder Int. Welche Konstruktion haben wir noch? Wir haben die Möglichkeit, Sachen zu addieren. Wir haben die Möglichkeit, Sachen auf Gleichheit zu überprüfen. Und wir haben ein If-Statement. Das ist relativ primitive Sprachen. Also wir können sagen, true-false in der Sprache. Wir haben Integer. Wir können Sachen addieren. Wir können Sachen vergleichen. Und wir können branchen. Also sehr stumpf. Jetzt benutze ich hier nochmal einen Datentypen, um Typen selber nochmal zu beschreiben. Ich weiß, ich habe zum Beispiel in meiner Sprache selber habe ich einen Int-Typ und einen Boole-Typ. Wozu mache ich das jetzt? Ich muss ja irgendwie überprüfen, ob dieses Ding hier typkorrekt ist. Weil zum Beispiel true plus true sollte nicht viel Sinn machen. Das sollte ein Ausdruck sein, der eigentlich nicht korrekt ist. Das sollte unser Typ-Checker ablehnen. Ich weiß, in Sprachen wie JavaScript passiert das. Da ist das dann zwei. Da gibt es auch ganz tolle Erklärungen, warum das so ist. Ich finde das nicht sinnvoll, aber okay. Und wir wollen solche Sachen halt verhindern. Und dafür habe ich jetzt hier unten diesen kleinen Type-Checker gebaut. Der im Grunde sagt, okay gut, der macht auch so ein bisschen Inferenz. Wenn ich so einen Ausdruck habe, ist das jetzt völlig egal, ob das ein Boole oder False ist, weiß ich, das ist etwas vom Typen Boole. Wenn ich so einen Ausdruck habe, weiß ich, das ist vom Typen Int. So, jetzt wird es ein bisschen spannender. Aber wenn ich eine Addition habe, überprüfe ich erst, ob der Typ von x ein Int ist. Im Fall, dass das nicht ist, sage ich, okay gut, ich habe hier den erwartet. Stattdessen habe ich den Ausdruck mit dem Typen bekommen. Nächstes natürlich für y. Also wenn ich was addiere, sollten beide Elemente ein Integer sein. Das sollte klar sein. Und am Ende ist das Ding dann auch wieder ein Integer. Gleiches Spielchen bei Equality. Ich kann ja, sollte nur Sachen vom gleichen Typen miteinander vergleichen werden. So, wenn ich die Zahl 1 jetzt mit False vergleichen, macht auch irgendwie nicht so wirklich viel Sinn. Es sei denn, wir wollen jetzt hier wild anfangen, hin und her zu koersen. Und das ganze Thema wiederholt sich so weiter. Das unten ist jetzt eine kleine Helper-Funktion. Aber lass uns das Ding einmal kurz in Aktion sehen. Import A ist T. Und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, check bool true. Er sagt, es ist was vom Typen bool. Dann können wir mal kurz gucken, wie bool true, was das für ein Typen hat. Das ist halt vom Typen Expression. So, und jetzt können wir irgendwie mal was falsch machen. Wir können zum Beispiel sagen, add int 1 mit bool true. Hier beschwert sich unser Type-Checker. Er sagt, ich habe hier den Ausdruck bool true gefunden. Ich habe hier ein Int erwartet. Aber dieser Ausdruck hat den bool type. So. Das ist ja jetzt alles schön und gut. Aber wir verwenden Haskell. Haskell hat schon ein starkes Typ-System. Und ich implementiere hier ein schwaches Typ-System in einer Sprache mit einem sehr starken Typ-System. Cool wäre es doch eigentlich, wenn wir jetzt eine domainenspezifische Sprache bauen könnten, die praktisch huckepack auf dem Typ-System von Haskell läuft. Das heißt, ich kann mir das alles sparen, selber einen Type-Checker zu schreiben. Und ich kann einfach Haskell dafür verwenden, um diese ganzen Scherze zu machen. Upsa. Ups. So, im Stehen tippen ist einfach ein bisschen schwierig. So. Und dafür fangen wir mit den ersten Language Extensions an. Die zweite könnt ihr erstmal ignorieren. Eine Language Extension kann ich über dieses Pragma anschalten. Ich sage im Grunde einfach diese Pragma-Klammern. Language und G-A-D-T ist das erste. Das sind die erste Language Extension, die wir heute machen. Die sogenannten generalisierten algebraischen Datentypen. Ist ein Mouthful. Aber im Endeffekt relativ simpel. Wir definieren jetzt im Grunde einfach nochmal. Und das ist übrigens die gesamte Datei. Also no panic hier. Wir definieren unsere Sprache einfach nochmal. Und anstatt, dass wir jetzt hier im Grunde selber einen Type-Checker definieren, annotieren wir unseren abstrakten Syntaxbaum, also das XPR ist ein abstrakter Syntaxbaum, mit Typen. Das heißt, wir haben hier so eine Typvariable A und wir wissen, dass der Konstruktor bool uns eine Expression vom Typen bool zurückliefert. Das heißt, wir müssen nicht selber nochmal irgendwie so ein type bool und type int bauen, sondern wir betten das tatsächlich mit in diese Sprache ein. Ein int ist logischerweise eine Expression vom Typen int. Und wenn ich zwei, wenn ich was addieren möchte, müssen das beides Expressions sein, die ein int haben. Und hier nochmal eine ganz andere Sache. Jetzt möchte ich Sachen vergleichen. Und die schleppen halt praktisch nochmal so einen Beweis mit sich rum, dass die Dinger vergleichbar sind. Bei der if than else ist es im Grunde okay. Ich habe hier den true-false, den true-branch, den false-branch. Und beide müssen vom gleichen Typen sein. Wir wollen also nicht irgendwie, dass bei true ein int kommt und bei false ein bool, sondern die beiden Branches müssen vom gleichen Typen sein. Das kennt ihr ja auch, wenn ihr selber if conditions schreibt in Haskell. Das gibt ja einen Compile-Fehler dann. Muss das ganze Ding auch wieder von Typen A sein. Und was ist daran jetzt anders als an so einem normalen algebraischen Datentypen, die ihr unterschreibt? Ihr habt ja schon gerade nochmal kurz den anderen da entgegenzusetzen. Der sieht hier halt so aus mit diesen Alternativen. Bis auf die Syntax. Sind dann natürlich auch noch andere Sachen anders. Nämlich bei dem... Kann ich die irgendwie... Ich glaube, ich kann die... Ich mache den einfach mal hier drunter. Dann können wir die nämlich direkt nebeneinander sehen. So. Was jetzt hier im Grunde passiert, ist, dass die Konstruktoren wählen, was A für ein Typ ist. Das ist was anderes, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie zum Beispiel eine List... Oder ich schreibe jetzt einfach mal stumpfen Maybe hier drüber, um euch den konzeptionellen Unterschied davon zu zeigen. Maybe ist ja so definiert. Wir haben ein Nothing und ein Just. A. So, dann ist hier praktisch dieses Map... Naja. Ihr wisst, was ich meine. Ein MAPE. Dann ist dieses A scoped ja über alle Konstruktoren. Das ist ja... Wenn ich jetzt hier nochmal irgendwie more mache, habe ich jetzt noch einen dritten Konstruktor hinzugefügt. Dann sind diese A's ja überall für jeden Konstruktor gleich. Wenn ich zum Beispiel Maybe Int habe, dann ist A für all diese Konstruktoren Int. Hier ist es aber anders. Hier habe ich ein Bool. Und wenn ich diesen Konstruktor verwende, dann ist A auf einmal ein Bool. Wenn ich den Int verwende, ist A auf einmal ein Int. Das heißt, anstelle, dass wir praktisch... Mal kurz so packen. Dann sieht man... Dann kann man, glaube ich, auch mal eine Idee, die ich jetzt habe. Anstatt, dass wir so... Das A so runter scopen, scopen die Dinger so eher in die Richtung. Das heißt, dieser Konstruktor entscheidet, was A ist. Und nicht irgendwie oben der Typ Konstruktor entscheidet, was das A für alle Konstruktoren ist. Ich sehe noch keine Stoppschilder, aber... Exakt. Du kannst zwei nehmen. Du hast mir eine Frage gestellt und deine eigene Frage beantwortet. Das war richtig. Oh, stimmt. Also, was du gesagt hast, und ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Das if ist jetzt im Grunde zuständig für das A in dieser einen Zeile. Und bei dem oberen Fall ist das A praktisch für jede Zeile zuständig. So ungefähr hast du das formuliert. Ja, exakt das. Und das wird tatsächlich noch ein bisschen eindeutiger. Stoppstchild, ja? Ja. Ja, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Und die kann ich jetzt typechecken. Und dann weiß ich, okay, gut, das ist... Dieser Ausdruck hat den Typen int, weil der True Branch ist int und der ist auch ein int. Wir haben jetzt keinen Evaluator. Darum ist das wahrscheinlich gerade nicht so spannend, aber wir haben gleich einen. Ich will nur einmal nochmal kurz... Also, ich komme gleich auf deine Frage zurück. Ich vergesse dich nicht, keine Sorge. Aber... Okay, gut. Ich lasse die einfach mal hier stehen und die reicht dir einfach weiter zu den Leuten, die eine Frage stellen. Ist das so einer, dem ich nicht vertrauen kann? Gut. Und hier ist im Grunde eigentlich, das ist nochmal die gleiche... Also, der Compiler generiert uns eigentlich diese Notation unten drunter. Ich weiß nicht, ob man das grau so gut bei euch lesen kann. Hier haben wir einfach ein Constraint, wo... Das ist ein Beweis, dass a ist ein bool. Hier haben wir einen Beweis, dass a ist ein int. Hier haben wir einen Beweis, dass a ist ein int. Hier wissen wir, es existiert ein b, für das gilt... Ich muss das vergleichen können. Und a ist ein bool. Und, ja gut, hier brauche ich es nicht, weil... Die Dinger das im Endeffekt entscheiden. So, und jetzt kommt das Tolle. Jetzt schreiben wir den Invaluator. Und... Der ist relativ interessant. Weil... Überleg mal, was passiert, wenn ich e-wall bool mache. Was ist der Rückgabetyp von dem Ding? Das ist auf einmal ein bool. Wenn ich hier e-wall int mache, Was ist dann der Rückgabetyp? Das ist auf einmal ein int. Das heißt, wir haben jetzt hier auf einmal Datentypen, oder das sagt hier Funktionen, die für den Datentypen, der reinkommt, für den Wert, der reinkommt, anderen Typen zurückliefert. Das ist schon ziemlich abgefahren, weil das ist immer noch typkorrekt dann. Und das will ich einmal kurz mal euch demonstrieren. Import, das ist jetzt GRDTS. Gut. So, und hier ist zum Beispiel das, was du gerade gefragt hast. Was ist dieses if? Was bedeutet das? Hier unten ist ein kleines Testprogramm. Ich fütter hier zwei ints rein. Und dann evaluiere ich das Ding. Und jetzt sage ich, okay, wenn der int x und der int y, wenn die gleich sind, liefert true zurück, ansonsten liefert false zurück. Also ich habe, das ist natürlich ein albernes Programm, ist klar, aber es soll im Grunde eigentlich hier nochmal zeigen, was ich damit ausdrücken kann. Das da unten ist praktisch der abstrakte Syntaxbaum. Das wollen wir mal kurz evaluieren. Sag ich eval test. Und ich habe einen Compile-Fehler. What the fuck? Ah, du hast recht, ja. Presentation-Effect. Der Fug. Ah. Es ist so viel einfacher. Also ihr beiden, die mir gerade einen Tipp gekriegt haben, die geben mir bitte, geben sich bitte kurz gerade mal ein Bonbon. Nee, mach, ihr hast recht. Irgendwas ist gerade interessant. Ah, Moment. Haha. Hashtag GHCI. Import. Das habe ich neulich noch ausprobiert. Das ist natürlich spannend. T-Test. Ach, ich evaluiere das schon, ich Vogel. Da ist ein Ewald schon drin. Öh. Eigenen Code lesen soll helfen, habe ich mir sagen lassen. So, jetzt liefert er False. Und jetzt liefert er True. So, auch die falschen Antworten kriegen, was zu knabbern. Ja, ihr beteiligt euch, finde ich gut. Nein, ernsthaft. Das ist, es ist erstaunlich schwierig, live zu programmieren. So. Wir können uns noch kurz den Evaluator angucken. Ist halt, okay. Wir wissen, dass die beiden Dinger, wenn ich die evaluiere, geben ein In zurück. Das heißt, ich kann sie addieren. Wir wissen, die Dinger haben den gleichen Typ. Also kann ich sie vergleichen. Vor allen Dingen, weil wir oben halt den Beweis haben, dass es dafür eine Quality Instanz gibt. Und hier wissen wir halt auch, das Ding, das C, wenn ich das evaluiere, ist auf jeden Fall ein Bool. Das ist irgendwas A und das muss den gleichen Typen haben wie das. Das ist alles schon jetzt durchs Typsystem abgedeckelt. Ich muss keinen Typechecker schreiben. Ich kann de facto auf dem Typchecker, den Haskell mir bietet, schon einfach weiter reiten. Was ich ziemlich praktisch finde. So. Du musst lauter sprechen, ich höre dich. Ja, gute Frage. Die Frage war, was für einen Typen hat die Funktion Bool, also die kleinen geschriebenen oder die groß geschriebenen. Die kleine. Import. Das ist praktisch, wir falten ihn praktisch. Das ist praktisch der False Case. True Case. Das ist das, was wir auswerten wollen und am Ende kommt das Ergebnis raus. Ist was für Leute, die, if then else nicht auf drei Zeilen schreiben wollen. Und es halt auch praktisch, wo man es als Funktion herumreichen kann, was mit if then else nicht unbedingt, oh, das ist ja super. Ich kriege sogar einen richtigen timer hier. Ich sehe es sogar hier unten. Also, aber kannst mich gerne informiert halten. Da hinten möchte, da hinten, glaube ich, immer noch was zu essen. Du kriegst auch so. Jeder, der eine Frage stellt, kriegt was, für diejenigen, die jetzt nicht da waren. Aber nicht alles, also ein. So, können wir weiter oder habt ihr dazu noch Fragen? Ich kann auch noch gerne ein bisschen in der Rappel rumspielen, um irgendwie, wenn ihr so irgendwas sehen wollt. Diese Dinger, diese mit der Tilde, die werden, die degeneriert ja der Compiler. Und zwar, wenn ich so ein GADT baue, schleppt er praktisch, genau, die Süßigkeit mal nach vorne. Also, die Frage ist, was hat das jetzt mit den Beweisen auf sich? Was dieses Teil im Grunde eigentlich macht, dieser GADT, ist, er schleppt praktisch eine Art Proof-Wert rum, der dann praktisch eine Coercion machen kann. Wir könnten uns das, es geht jetzt sehr in die Compiler-Internals, aber stell dir im Grunde vor, hier, das ist ein Wert, praktisch so eine Art Value. Von dem Typen, den Beweis, dass A BOOL ist. Und wenn ich jetzt irgendein A bekomme, dann kann ich eine Coercion-Funktion nehmen, diesen Beweis reinpacken und er kann das Ding dann automatisch für mich in einen BOOL konvertieren. Er weiß, diese Konvertierung ist sicher. Das weiß ich dadurch, dass dieser Konstruktor immer diesen Beweis mitschleppt. Wir können uns das gleich gerne nochmal im Compiler angucken, wenn du da in die Tiefe gehen möchtest. Also, das kann man tatsächlich dann auch sehen in der Zwischenrepräsentation. kann ich das einmal kurz stumpfen. Obwohl, das wird glaube ich jetzt zu viel Code auf der Seite. Aber können wir gleich gerne mal machen, wenn dich das interessiert. So ungefähr, klar? Also, es ist ja im Grunde, wenn du jetzt zum Beispiel auch eine Funktion hast, wie gleich gleich. Es wäre so viel einfacher, wenn das Keyboard da hinten wäre. Dann kannst du mehr oder weniger das hier lesen, es muss eine Equality-Instanz existieren, damit ich überhaupt vergleichen kann. Und diese Equality-Instanz, die baut mir der Compiler ja praktisch zusammen. Das muss ich ja nicht selber explizit da hinpacken. Und genau so passiert das mit solchen Equality-Beweisen. Das definiere ich im Grunde einfach hier schon dadurch, dass ich diesen Konstruktor mache. Das macht er automatisch für mich. Wenn ich hier den Boole hinschreibe, weiß ich, okay, gut, hier muss ich für diesen Konstruktor muss ich diesen Proof bauen. Ich weiß, das geht jetzt ein bisschen zu sehr in die Interna, aber ich sage, das ist ein bisschen klarer, wenn man sich die Repräsentation von dem Ding anguckt. So, was wollte ich als nächstes machen? Oder sind dazu noch Fragen? Keine. Gut, ich sehe schüttelnde Köpfe. Oh Gott, mach bloß weiter. Ich will mal eben kurz gucken, wie ich mir das überlegt habe. Weckt, genau. So. Das Interessante ist jetzt, wir können im Grunde, was wir jetzt gerade so haben, wir haben halt praktisch die Zusatzinformationen auf den Typ-Level mitgeschleppt. Das heißt, wir können jetzt auch versuchen, mehr Informationen in unser Typ-Level reinbekommen. reinzubekommen. Und eine Sache, die ich jetzt hier mache, ist, ich definiere jetzt praktisch Piano-Zahlen. Weiß jemand, was Piano-Zahlen sind? Oder nicht? Ja, du gibst die Vorlesung, das war mir klar. Also im Grunde, wenn ich eine natürliche Zahl definiere, nämlich Null, dann gibt es den Nachfolger von irgendeiner natürlichen Zahl, zum Beispiel, ich kann Null nehmen und der Nachfolger davon ist Eins. Der Nachfolger von Eins ist Zwei. Und ich kann im Grunde jetzt einfach sagen, wenn ich zum Beispiel Drei haben will, das ist der Nachfolger, der Nachfolger, der Nachfolger von Null. Und so kann ich im Grunde, ihr könnt euch das ganz wie so eine Art Liste vorstellen ohne Elemente. So könnt ihr im Grunde Zahlen modellieren. Und was ich jetzt hier baue, ist definitiv einer der langweiligsten Datentypen aus dieser ganzen Welt. Und leider ist es auch immer das erste Beispiel, aber es ist das, ja, praktisch für mich das Greifbarste. Ein Vektor ist im Grunde eine Liste, wo ich die Länge auf dem Typ-Level nochmal encoded habe. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, dass der leere Vektor hat die Länge Null. Das weiß ich hier schon statisch. Und ich weiß, dass wenn ich an einen Vektor vorne ein Element dran konze, dann ist der Eins länger als das, was hier vorne ist. Also dieses N ist im Grunde eine statische Information, wie lang ist der Vektor. Und dieses A ist die Information, was steckt da eigentlich drin? Also es ist nur eine Liste mit Zusatzinformationen. Das Coole daran ist, diese Zusatzinformationen von den Typen, die haben keinerlei Auswirkungen auf die Runtime. Das heißt, wenn ihr das compilt, ist das am Ende eine Liste. Diese Zusatzinformationen sind nur interessant für den Compiler, was an der Stelle relativ praktisch ist, weil ihr könnt im Grunde mehr Informationen reinbringen. Das macht das Typechecken dann zwar komplizierter, aber ihr könnt diese Zusatzinformationen wegwerfen. Ich bin einfach so ein Fan von, ich möchte gerne, was? Was? Das ist immer so schwierig, ja. Ich weiß immer nicht, was wir aufzeichnen, vergesse ich. Die Frage ist, was sollen diese Dreifachpunkte? Wenn du übrigens deinen Finger an den Kopf hältst und so drehst, das hat auch, so aus meiner Sicht schon, ich bin ein kleiner Mensch. Das ist im Grunde, ich mache mal eben kurz, das ist ein Operator, wo ich praktisch jetzt meine Vektoren bauen kann. So, jetzt haben wir es. Das ist im Grunde einfach nur Cons. Bei der Liste hast du den einfachen Doppelpunkt. Kann ich ja logischerweise nicht mehr wiederverwenden. Doppelpunkt, Doppelpunkt ist bei Haskell auch ein bisschen schlecht, weil das ist halt für Typen da. Also nehme ich die nächstbeste Variante, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Doppelpunkt. Und das ist im Grunde, ich hätte auch hier irgendwie V-Cons oder was weiß ich schreiben können. Das ist aber halt so ein Infix-Konstruktor, den ich nehmen kann. Ich finde, das sieht einfach schöner aus. Ja, genau. Das ist halt mein eigenes definiertes Cons. Ich kann auch, du kannst halt auch eins mit vier oder fünf machen, irgendwann wird es halt albern. Aber mit dreien geht es halt noch so ein bisschen. Aber ich finde, das sieht halt, das lässt sich halt ein bisschen schöner schreiben, weil die Alternative wäre jetzt gewesen, dass ich das Ding jetzt zum Beispiel V-Cons nenne. Und dann schreibe ich V-Cons, hier seht ihr schon, jetzt habe ich schon Probleme. Eins, V-Cons, ihr habt ja jetzt schon gemerkt, ich tippe nicht so toll, wenn ich hier stehe. Und das ist halt blöd zu tippen. Und das mit dem Doppelpunkt, Doppelpunkt, Doppelpunkt geht einfach ein bisschen leichter von der Hand. Und ich sage halt auch hier, das Ding bindet halt die Klammern immer nach rechts. Also die Fixity ist rechtsassoziativ. Das sage ich mit dem Infix R5. Und 5 ist halt die Präzedenz. Ja. So, was ist jetzt, hier unten sieht man ja jetzt schon, okay, gut. Ich habe jetzt hier zwei Elemente reingepackt. Und siehe da, unser super schlauer Typechecker hat festgestellt, das Ding hat die Länge 2. Das hat er für uns inferieren können. Also der, zwei Elemente sind rein, der Nachfolger, vom Nachfolger von 0 ist 2. Ja, das konnte er automatisch herausfinden. Also, hier ist Potenzial, hier kann man mit arbeiten. Ähm, aber, wir haben ein Problem. Ähm, das sieht, das sieht ja total sinnvoll aus. Okay, hier habe ich die Länge. Hier habe ich was, hier habe ich das, was drinsteckt. Das Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, die Kine von dem Ding hier nachfrage, weckt, bool int, dann sagt der Compiler, das macht Sinn. Also ich habe, ich habe jetzt einen Vektor der Länge bool. Macht nicht wirklich Sinn. Weil eigentlich wollen wir ja hier diese Piano-Zahlen stehen haben. aber hier oben habe ich gesagt, N ist etwas vom Typen, äh, vom Kind-Type. A ist etwas vom Kind-Type. Bei A macht das Sinn, aber nicht bei der Länge. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Das heißt, es wäre toll, wenn wir selber eine eigene Kind definieren können für Zahlen, die neben den Typen und neben den Constraints und neben den ganzen anderen Kram, den ich gezeigt habe, lebt. und siehe da, es gibt eine Language Extension dafür. Das ist so ein bisschen das, there is an app for that, es gibt eine Language Extension dafür. Immer. Kein Fekt. So. Ähm. Und was ich jetzt im Grunde mache, hier habe ich das gleiche Ding nochmal definiert, aber als algebraischen Datentyp. Das ist jetzt keine Kind. Was ich jetzt allerdings mache, ist, mit dieser Language Extension, Data Kines, hat der Compiler eine neue Fähigkeit bekommen. Wir wissen jetzt zum Beispiel, dass, und das kann ich jetzt, glaube ich, ein bisschen besser in der REPL illustrieren, Import, kein Weg. Wir wissen zum Beispiel, dass der Typ von Z NAT ist. Haben wir ja den Konstruktor da. Wir wissen auch, dass der Typ von S ich nehme einen NAT, ich liefere einen NAT. So. Natural Number. Gute Frage. Also, wofür soll das NAT stehen? Natural Number. Natürliche Zahl. Also, alles Null. Irgendwo sind die Mambas irgendwo noch im Bereich. Okay, gut. Don't blame me, wenn dir schlecht wird. Das ist so. Gut. Das Coole an dieser Extension, ich habe ihn erst gefreut, als die endlich in den GAC reinkommt, ist, wir wissen, das hier lebt auf dem Value Level und hat den Typen NAT. was jetzt im Grunde passiert, und jetzt kann ich einfach mal kurz die Tafel verwenden, weil dafür habe ich nämlich keine schlaue Folie, Pick Mute. Technologie ist großartig. So. Also hier ist unsere Type, hier ist unsere Value Welt, hier unten. Value. Hier sind unsere Types und hier oben sind unsere Kints. So. Jetzt weiß ich, Zero ist vom Typen NAT. Habe ich euch gerade in der Reppel gezeigt, ne? Diese Data Kints Extension nimmt jetzt im Grunde dieses Konstrukt und schiebt das nochmal einen nach oben. Gibt es uns zusätzlich. Das lebt immer noch. Aber was jetzt passiert ist, ich habe eine neue Kint geschaffen mit dem Typen Z. Der hat aber keine Values. und was jetzt passiert ist, ich kann auf einmal auf dem Type Level mit solchen Piano Literalen arbeiten. Pick Mute aus. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Und das mache ich hier jetzt. Gucken wir uns erstmal den hier an. Es ist vielleicht ein bisschen blöd, dass ich da oben diese Type Family als erstes hingepackt habe. Ignoriert die einfach mal kurz. Das ist die gleiche Definition wie vorher. Jetzt hat dieses N nicht mehr die Kint Type, sondern die Kint Nut. Das heißt, da können jetzt nur noch Z und S verwendet werden, um diese Nummern zu verwenden. Ich kann jetzt hier nicht auf einmal Int irgendwie hinschreiben. Ich kann auch nicht aus Versehen die beiden Varianten miteinander vertauschen, weil ich tatsächlich einen Kint Fehler bekommen würde an der Stelle. Das ist eigentlich das Coole, weil ich bekomme jetzt eine ausdrucksstärker Sprache. Ich fange jetzt auch praktisch an, auf dem Typ, auf der Typ Ebene nochmal zu programmieren. Weil wenn man ehrlich ist, sobald man eine Programmiersprache hat mit Typen, hat man eigentlich zwei Programmiersprachen. Man hat einmal die Programmiersprache unten auf dem Value Ebene, die hier unten, wo ich jetzt mein 1 plus 1 und den ganzen Kram, meine Listen definieren kann, die kann ich reversen. Das habe ich, aber auf dem Type Level oben habe ich noch eine. Und das ist praktisch die Programmiersprache, Programmiersprache, die ich benutze, um die Values unten in Schach zu halten. Das heißt, ich kann im Grunde hier anfangen, ganz wilde Invarianten in meine Typen einzubacken. Ich kann zum Beispiel, das Verrückteste, was ich gesehen habe, oder vielleicht nicht das Verrückteste, aber ein ziemlich abgefahrener Fall, war ein Red Black Tree, wo die Invarianten von dem Rot-Schwarz-Baum im Typen drin waren. Das heißt, man konnte das Ding gar nicht mehr falsch schreiben. Das heißt, all diese Invarianten, das jetzt irgendwie auf dem Roten darf nicht ein Roter folgen oder was weiß ich, ich habe die gar nicht mehr im Kopf, das wisst ihr wahrscheinlich noch besser als ich, würden einen Typfehler geben. Das finde ich krass. Ich kann wirklich so Sachen machen, die im Grunde dann, ja, Invarianten-Checks machen. Und das werde ich euch gleich mal zeigen, was das für interessante Folgen hat. Das Ganze hat jetzt natürlich auch ein bisschen einen Nachteil. Darum, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier diese kleinen, diese kleinen Ticks, die ich hier habe. Ich könnte jetzt natürlich auch noch einen Typen-Data-Z machen. Das ist jetzt tatsächlich ein Typ. Jetzt, wie unterscheide ich jetzt dieses Z von diesem Z? Das mache ich im Grunde einfach, indem ich hier diesen kleinen Tick davor setze. Ich habe jetzt für das Compiling alles Minus-W-All und Minus-W-Error gemacht. Wenn ihr das nicht macht, dann compiles auch gar nicht. Also ihr müsst das im Zweifelsfall, sobald ihr irgendwas von diesen gelifteten Sachen verwendet, macht immer so einen Tick davor. Da gibt es manchmal Probleme. So, das erst mal zu den Type-Level-Natural-Numbers. Das Coole daran ist, der GHC liefert die auch mit. Also ich habe die jetzt selbst definiert. und dann kann man auch tatsächlich Zahlen wie 1 nehmen. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn man so eine Zahl wie 40 mit Successor-Notation schreibt, das ja, wird anstrengend auf Dauer. Aber das Nächste, was wir jetzt haben, ist im Grunde, wenn wir jetzt auf der auf der Typ-Ebene jetzt auf einmal Zahlen haben, möchte ich damit auch rechnen können. Ich möchte halt praktisch Addition auf dem Type-Level machen. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum um alles in der Welt will ich das, aber sehen wir gleich. Und das machen wir wie folgt. Ich habe eine ein X von kein NUT und ein Y von kein NUT und rauskommt, möchte ich gerne ein NUT, wenn ich die beiden Dinger addiere. Also da habe ich dieses Doppelpunkt Plus für. Das ist praktisch jetzt eine Additions-Operation, die auf dem Type-Level lebt. So, 0 plus Y ist Y. Ist relativ klar. Der Nachfolger, wenn ich SX habe plus Y, kann ich einfach rekursiv drüber wandern. Ich flansche den Dings, ich flansche den Dings, äh, den Konstruktor vorne dran und wandere einfach drüber, bis ich hier beim Base-Case ankomme. Und auf einmal kann ich rechnen auf dem Type-Level. Das hat relativ interessante Folgen, nämlich, dass ich immer noch im Visual-Mode bin. so was. Ich kann jetzt eine Append-Funktion schreiben. Wenn ihr die von List kennt, da steht ja im Grunde List A, List A, gibt eine List A. Das sagt uns jetzt relativ wenig, was da passiert. Im Grunde könnte diese Typsignatur auch sagen, schmeiß die erste Liste weg und gib die zweite oder umgekehrt oder dreh die eine um und was weiß ich. was wir jetzt im Grunde haben, ist, ich weiß, ich habe einen Vektor der Länge m, darin sind As, ich habe einen Vektor der Länge n, die möchte ich appenden und was rauskommt, ist ein Vektor der Länge n plus m. Ich kann hier die Append-Funktion nicht mehr falsch schreiben. Wenn ich jetzt in einer Sprache wie zum Beispiel, ja? Genau. Oh du, leider nicht. Leider nicht. Das, die Frage war, ist das jetzt der klassische Additionsoperator ein Hörgehoben? Leider nicht. Kommt vielleicht bald. Daran wird tatsächlich gearbeitet, dass ich eine beliebige Value-Funktion nehmen kann und die hochliften kann. Das Ding habe ich jetzt tatsächlich selbst definiert. Dass man das hochliften kann selber, dass das automatisch passiert, das ist, wenn man so Sprachen wie Idris hat und Agda und Kok in so Sprachen mit Dependent-Types, da ist das tatsächlich möglich, dass ich, ich habe ja gerade gesagt, du hast zwei Programmiersprachen, du hast die Type-Level-Programmiersprache und die Value-Level-Programmiersprache. Das Coole wäre jetzt natürlich, wenn man nur eine hätte. Nur noch Terme. Und das gibt es. Das ist im Moment so ein bisschen der aktuelle Forschungshalse Scheiß. Ich habe da auch in so einem Compiler so ein bisschen mitgearbeitet, das ist spannend. Leider noch nicht einsetzbar, aber du könntest es machen mit so einer Sprache. Ja, Frage beantwortet damit? Danke für die Frage. So, was hat das für andere interessante Auswirkungen? Ihr kennt die Head-Funktion, die Tell-Funktion. 40 Minuten, oh Gott, ich habe so viel Zeit, so viel Zeit und so viel Code. Ich habe die Head-Funktion, die kennt ihr ja wahrscheinlich irgendwie von, aus der Prelude. Head von der leeren Liste, was macht das? Ja, ein Error. Das ist irgendwie blöd. Also wenn ich jetzt irgendwie Head von Empty List mache, das ist ein Laufzeitfehler. Wir haben diese super tolle Programmiersprache und ich habe gerade Head auf eine leere Liste ausgeführt und ich kriege einen Laufzeitfehler. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Vor allen Dingen, die Dinger sind wirklich fürchterlich zu debuggen. Also das ist so eine von Haskells nicht so schönen Sachen, dass wenn ich tatsächlich irgendwie so einen Laufzeitfehler habe, ist halt manchmal wirklich fies, sowas zu debuggen. Und darum sagen auch relativ viele Leute, nicht Head benutzen, nicht Tail benutzen. Böse. Und das stimmt halt auch. Sei denn, ich weiß hundertprozentig, wenn ich vorher irgendwie Length L größer 0 mache, dann okay, gut. I give you that, but das ist so ein bisschen das Problem, dass wir tatsächlich so unsichere Funktionen haben. Aber jetzt mit dem Vektor können wir tatsächlich ein sicheres Head und ein sicheres Tail machen. Weil die Typsignatur sagt mir hier, dieser Vektor hat die Länge irgendein N, was weiß ich, und das ist der Nachfolger davon. Das heißt, es muss mindestens eins sein. Weil N kann Z sein, N kann aber auch der Successor von irgendwas, einer Quadrillionen sein. Ich glaube, dann wird der Typechecker ein bisschen unglücklich, aber okay. Das geht. Und jetzt können wir auf einmal, was auch sehr schön ist, ist der andere Fall, den müssen wir gar nicht erst prüfen. Der Fall existiert nicht, weil die Typsignatur mir schon sagt, hey, das Ding muss mindestens länger eins haben. Es kann nur der Constcase sein. Es gibt keinen Nullvektor, der ein Constcase ist. Gibt es nicht. Und in dem Sinne haben wir jetzt hier das schon abgefrühstückt. Ihr habt wahrscheinlich oben, wenn ihr diese hässlige Options-GHC-Kiste gesehen, das ist etwas, was nicht nur hoffentlich, bald gehört das der Vergangenheit an. Im 7.10 der Version von GHC kann er tatsächlich nicht herausfinden, dass das, was ich da geschrieben habe, schon alle Cases abfrühstückt. Es gibt ja immer so, wenn ihr Minus-W-All anhabt, was ihr immer anmachen solltet, gibt es ja, ihr habt so ein paar Cases noch nicht abgedeckt. Ich gehe ohne meinen Exhaustifference-Checker nicht mehr aus dem Haus. Das hat mir schon so oft in Produktion teilweise das Leben gerettet. Also das, also ich kann dem Ding nicht dankbar genug sein. Das Problem ist, sobald ich anfange mit hier diesen abgefahrenen Typ-Level-Spielereien, kriegt der Type-Checker es halt nicht mehr auf die Reihe manchmal. Und das wir jetzt hier haben, ist im Grunde, wenn ich den GHC 8 habe, der jetzt ja neulich rausgekommen ist, der kann das. Der merkt das. Okay, der V-Head V-Nil, der ist gar nicht möglich, der Fall. Der geht gar nicht. Die Typ-Signatur schließt es aus. Und der Exhaustifference-Checker ist glücklich. Also der kann, also der GHC 8 ist, wow, ich will den endlich einsetzen können. Leider noch ein bisschen zu neu. So, wir können auch ein sicheres Tail machen. Das geht auch. Wir sagen wieder, okay, das Ding muss mindestens Länge S plus N haben. Wir kamen natürlich in den Fall, dass wir das letzte Element haben. Das ist das letzte hier V-Nil. Passt von der Typsignatur her. Aber, es kann natürlich sein, dass die Liste jetzt noch ein bisschen länger ist, denn die drei, vier, fünf Elemente hat. Dann müssen wir natürlich rekursiv drüber wandern, bis wir am letzten Element ankommen. Das sieht jetzt ein bisschen gruselig aus hier. Hatte die Add-Patterns schon? Was ich hier im Grunde mache, also das ist mein Head, für den interessiere ich mich nicht, weil ich wähle den Tail. Und hier splitte ich den Tail einfach nochmal auf. Ich mache praktisch hier nochmal ein Pattern-Match. Und was ich hierdurch praktisch mache, ist, ich sage dem Compiler, XS, es muss auch ein Const-Case sein, ergo, muss halt schon mindestens Länge größer 0 haben. Das heißt, ich kann hier auch rekursiv den Aufruf machen. Wenn ich das weglassen würde, dann würde sich der Compiler beschweren, das machen wir einfach mal. wird der Typ Checker glücklich sein? Nein. Der ist sehr, sehr unhappy. aber was er im Grunde hier sagt, ist, ich kann hier nicht beweisen, das ist beweisen, wo hat mir da rausgefallen, dass N1, das ist praktisch jetzt gerade die Länge von XS, er hat dem Ding einfach den Namen N1 gegeben, länger als, also dass das tatsächlich der Case ist, dass das Ding größer 0 ist. Kann er nicht beweisen. Geht nicht. Bei dem Fall oben schon, weil er gesehen hat, das ist ein Cons Case, also muss die Länge von dem Vektor größer 0 sein. Hier unten läuft wirklich so ein ganz kleiner, stumpfer, so eine kleine stumpfe Proof Engine ab, die versucht wirklich Beweise über euren Code zu führen. Das ist nicht so abgedreht wie jetzt COG, wo ich tatsächlich Sachen wie das Vierfarben-Theorem mal beweisen kann, also so einem Beweis im Haskell-Typ-System würde ich nicht vertrauen, das solltet ihr auch nicht, aber so für so sehr triviale Sachen und jetzt ist er wieder happy. Und jetzt können wir auch mal einfach mal sagen, V-Tail von 1 V-Nil Ich habe schon wieder den, der ist so drin, oh, ja, Defaulting. Er warnt mich gerade. Oh, das ist irgendwas von Typeclass-Num, ich nehme mal einfach Integer. Darum muss ich Ihnen das hier sagen. Das ist overloaded numerale, also overloaded Zahlen sind nicht so unproblematisch bei Demonstrationsfällen. So, und wenn ich jetzt sowas mache, gebe mir den Teil der leeren Liste, Compile-Fehler. Null ist nicht größer Null. Das ist, das hat er jetzt automatisch für mich ausklammösert. Gleich passiert bei V-Head natürlich auch. Boah. So. Also, ich finde das schon ziemlich cool. So, jetzt wollen wir natürlich auch Sachen aus diesen Dingen wieder rausbekommen. Und was ich jetzt baue ist, das sind sogenannte Finite-Sets. Das ganze Ding indiziere ich auch wieder über natürliche Zahlen. Und wenn ich zum Beispiel Fin von, sagen wir mal, drei habe, weiß ich, dass dieses, dass das praktisch die Zahl eins, zwei und drei da drin ist. Fin von null, null, eins und zwei von mir aus auch. Also, ist ja isomorph. Aber, ja gut, wir können FZ uns als null vorstellen und Dings also im Grunde können wir von null, eins und zwei anfangen zu zählen. Guter Punkt. Und, wie man hier sieht, ich kann zum Beispiel, wenn das hier null ist, kann ich kein, ist diese Menge der Typen praktisch leer. Weil, um, um praktisch Fin null zu konstruieren, müsste ich entweder FZ oder FS aufrufen. Das würde aber dazu führen, dass das Ding halt praktisch Typen SN hätte und SN ist nicht null. und das Schöne daran ist, jetzt habe ich auf einmal ein Typesafe Lookup. Ihr kennt das so, sonst habt ihr immer irgendwie so ein Maybe hier stehen, weil das Ding könnt ihr, ihr habt zum Beispiel eine Liste mit fünf Elementen und dann sagt ihr, gebt mir bitte das zwanzigste. Dann können wir entweder mit einem Error rausfliegen, was wir nicht haben wollen oder wir können einfach Maybe zurückliefern. Da müsste ich natürlich wieder bei der Rückgabe wieder überprüfen. Ist das nothing? Ist das just? Hm, doof. Muss ich hier jetzt nicht mehr, weil es ist Typesafe. Ich kann von diesen Zahlen nur maximal das nehmen, was die Länge des Vektors hat. Weil wenn der jetzt zum Beispiel die Länge 3 hat, dann kann ich hier nur die Zahlen 0, 1 und 2 machen. Und wenn ich da irgendwie 4 reinstecken würde und der nur die Länge 3 hat, dann gibt es wieder einen Compile-Fehler, weil die beiden Zahlen passen nicht zusammen. Die müssen nämlich gleich sein. Also n und n logischerweise müssen gleich sein. Und jetzt können wir das einfach mal ausprobieren. Zum Beispiel bauen wir mal so einen Vektor. Ha, geschafft. Und 2 und 3. V und nil. So, gucken wir mal auf V. Wir sehen, es hat die Länge 3. Zack, zack, zack. Zero. Wir machen dann V-Lookup von mit VZ auf V. 1. FS. 2. Gut, das ist jetzt keine Überraschung mehr. 3. Compile-Fehler. Jetzt haben wir tatsächlich zur Compile-Zeit überprüft. Wir können nicht über Indizes hinausgehen. Das ist halt auch ein ganz netter Gag, wo man dann tatsächlich einfach sagen kann, okay, gut. Das Ding, wir wissen statisch die Länge. Das heißt, wir können auch niemals aus unseren Boundaries rauskommen. Auch sehr praktisch. Wenn ihr euch wundert, wofür dieser ganze Type-Level-Kram tatsächlich irgendwie nutzbar ist, ein konkretes Beispiel, wir haben zum Beispiel bei uns in der Form ein Reporting-System, wo wir ein Report anhand eines Types beschreiben und sagen, okay, gut, das ist irgendwas, was wir aus der Datenbank bekommen, das besteht aus folgenden Columns und am Ende fallen die und die und die Werte raus und wir wissen dann halt, okay, die Spalte 1 ist ein In, die Spalte 2 ist Text und was weiß ich und anhand des Typens können wir jetzt unterschiedliche Repräsentationen von diesen Daten generieren. Wir können praktisch sagen, okay, gut, wir haben hier einen Report, der hat irgendwie drei In-Spalten und dann können wir anhand der Typen zum Beispiel sagen, okay, wie wandle ich das Ding in CSV um, weil unsere Kunden möchten aus irgendeinem Grund gerne ihre Sachen in Excel öffnen. Wir können Formulare automatisch generieren, um diese Werte zu verändern. Wir können HTML-Repräsentation, praktisch HTML ausspucken, damit wir das auf einer Webseite rendern können. Wir können Datenbank-Curies bauen, um die Sachen anzupassen und solche Sachen. Das können wir alles nur aus den Typen herleiten. Das heißt, wir beschreiben einmal anhand des Typens, wie so ein Report auszusehen hat und der Rest ist einfach nur noch automatisch. Den Rest schreiben wir dann runter und wenn es typecheckt, ist es richtig. Also das ist nicht immer der Fall, aber geht. Ich sehe noch mal das Stoppschild. Ja. Richtig. Exakt. Also die Frage ist, wenn wir jetzt dynamischen Input bekommen, wie können wir diese ganzen Typecheck-Sachen verwenden? Weil logischerweise haben wir diese dynamische Information nicht da, wenn wir sagen wir mal Input irgendwie über ein Socket oder sowas einlesen. Da kann ich noch mal kurz, ich gehe noch mal kurz auf das Beispiel mit dem Programmiersprachen, mit dem AST und dem Expression, mit dem GADT-Kram, den wir hatten, zurück, weil sich das daran ganz gut erklären lässt. Weil da haben wir im Grunde eigentlich auch das gleiche Problem, weil wir haben ja, wenn du im Grunde so ein Programm als Textdatei einliest, das passt und daraus den AST generierst, weißt du von vornherein eigentlich auch nicht, ob das Ding schon diese Typ-Information erfüllt. Was man im Grunde eigentlich dann macht, ist, da gibt es auch, glaube ich, ein Paper von Oleg zu, man hat zwei Repräsentationen. Man hat einmal die ungetypte Repräsentation, in dem Fall wäre das eine Liste und dann, dafür bräuchte man dann wieder so eine Art Typechecking-Algorithmus, wo man dann überprüft und daraus kommt dann am Ende der Typ zustande. Das würde gehen. Daraus würdest du die Informationslinas. Das ist zum Beispiel, wenn du halt so eine Programmiersprache bauen würdest, würdest du halt das Zeug einlesen, den abstrakten Syntaxbaum einmal als ungetypte Repräsentation haben, dann relativ schnell Typechecken, um das Ding in die getypte Repräsentation zu bekommen und von da an würdest du dann weiterarbeiten, damit du dir zukünftig halt Typearrows einfängst, wenn du sie haben willst. Also man arbeitet teilweise wirklich halt mit zwei Repräsentationen da. Der würde gar nicht erst in Produktion kommen, weil dein Programm nicht compilen würde. Das ist schon ein Compile-Zeitfehler. Das ist, du sprichst aber auch einen ganz guten Punkt an. Je mehr ich in Typsystemen anfange rumzuspielen, das ist praktisch eine wunderschöne Art und Weise, sich in jede Ecke des Raums, die du hast, einzumalen. Ihr könnt alles an Invarianten in euer Typsystem reinklatschen, wenn eine Sprache mächtig genug ist. Das ist dann total toll. Ihr habt die sicherste Datenstruktur der Welt, die kein Mensch benutzen kann. Das ist tatsächlich wirklich so, dass ihr halt so viele Invarianten da drin habt, dass ihr nur noch auf Typfehler strefft. Ihr müsst halt praktisch irgendwie so ein bisschen die Balance finden. Dieser Vektor ist natürlich nicht für alles die richtige Lösung. Sonst wäre es halt der Standarddatentyp. Aber für ein paar Fälle, wenn ihr zum Beispiel halt bei einigen Sachen wisst, okay, ich weiß, ich habe hier zum Beispiel diese unterschiedlichen Vektoren, ich weiß, die haben alle die gleiche Länge. Ich weiß statisch die Länge. Dann kann ich praktisch diese Fehler schon vermeiden. Das ist halt right tool for the right job. Und in dem Fall ist es halt hilfreich, wenn ihr, ihr müsst halt irgendwo an einem Punkt in eurem Programm irgendwie sicherstellen, dass ihr auch statisch wisst, worum es geht. Gut, was machen wir? Also, ich glaube, hier können wir jetzt die Vektoren hinter uns lassen. Kollegen von mir hätten mich sowieso schon gekillt, weil ich so lange über Vektoren rede. Ich möchte noch mal ein kleines Beispiel mit sogenannten Phantom Types euch zeigen. Und einmal, also Phantom Types sind eigentlich, wir sprechen gerade mehr oder weniger über Phantom Types. Phantom Types sind halt Typen, die nur zur Compile-Zeit existieren. Tun alle Typen. Aber die haben halt auch keine Werte. Die sind wirklich nur hin zu den Compiler, um Invarianten zu garantieren. Dafür ist das Zeug da, damit wir Invarianten checken können. Und es gibt ja in, ihr habt schon mal STM gemacht, ich glaube, Software Transactional Memory. Und es gibt für dieses, in dieser STM Library gibt es einen Datentyp, der heißt Transactional Channel. Ihr könnt da praktisch so Broadcasting machen. auf, ihr könnt mehrere Threads starten und die können sich bei so einem Channel registrieren und die können dann praktisch so Broadcast Messages von dem Ding bekommen. Das ist alles schön und gut. Das Problem ist, um aus einem Channel lesen zu können, seht ihr da oben bei dem Listener, muss ich den Channel vorher erst duplizieren. So, das heißt, ich kann nicht einfach zum Beispiel, hier kommt halt so ein, hier habt ihr so eine Funktion von Listener, die kriegt einen Logger rein und zu diesem Logger schreiben wir hin. Ich kann das einmal kurz ausführen, damit wir sehen, was gleich los ist. Das ist die Chons. So, und dann haben wir hier unten das Test. Upsa, Test. Und was jetzt hier passiert, ich habe fünf Threads laufen und diese fünf Threads lesen alle von einer Quelle und wir schreiben hier im Grunde praktisch so ein Foo rein und das wird dann alle gebroadcastet. Ist halt schön und gut, funktioniert auch. Das Problem liegt jetzt tatsächlich ein bisschen tiefer. Ich könnte jetzt hier einfach schlampig programmiert haben und den Channel vorher nicht dupliziert haben. Laufzeitfehler, großartig. Reading from a teacher and created by blah, 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 use the chat first. Das ist auch doof. Jetzt habe ich irgendwie mein tolles, mein tolles STM und ich habe jetzt was gebaut, was mir einen Laufzeitfehler verpasst. Bist du Schockstarre verfallen oder was war das gerade? Immerhin, ne? Ja, das liegen sich auf dem Rücken und fangen an zu schreien where, 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 I grab my pants, aber es ist halt es ist halt blöd. Und wir haben ja im Grunde gerade alle möglichen tollen Sachen gelernt, wie wir das Typ-System verwenden können, um uns davor zu bewahren. Weil wir können ja jetzt diesen Channel mit einer zusätzlichen statischen Information versehen, ob wir den dupliziert haben. So. Wenn ich jetzt noch lesen könnte, wäre das ganz toll. Ja, da. So. Und hier habe ich auch wieder diese schöne Data-Kinds-Extension und jetzt gibt es hier diesen T-Chun-State und der hat zwei unterschiedliche States. Ich kann einmal Write-Only haben und ich kann einmal Readable haben. Und was ich jetzt baue, ist hier so ein New-Type-Wrapper. Der hat hier ein T von Kind-T-Chun. Das ist halt wieder hochgeliftet, T-Chun-State und da drin ist dann praktisch unser T-Chun vom Typen A. Das ist praktisch so ein New-Type-Wrapper, den ich da drum rumbaue, der im Grunde nichts anderes macht als Typ-Informationen in das Ding reinklatschen. So. Ja? 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 Das ist eine Kind-Signatur hier. Das ist eine Data-Kind, die ich hochgeliftet habe mit Data-Kind-Promotion. Das wird passiert automatisch. Data-Kind. Genau. Also, ich habe halt hier das Ding gebaut. Ich habe zwei Konstruktoren. Hier oben habe ich Data-Kinds aktiviert. Und was jetzt passiert, ist das hier, was ich hier unten erzählt habe. Das geht natürlich auch mit mehr als nur mit Zahlen. Das geht auch mit sinnvollen Sachen. Was wir jetzt machen können und dieses Inline da ignoriert erst mal, das erzähle ich euch gleich. Und das Curse auch. Ignoriert am besten alles, nein, Quack. Was wir jetzt hier haben, ist, wenn ich einen neuen T-Chunk-Channel baue, besser gesagt, einen neuen T-Chunk baue, ist der erst mal, hat er diese Information, den State, er ist jetzt im Write-Only-Mode. Er ist noch nicht dupliziert worden. Ich darf nur reinschreiben. Und wenn ich einen Channel dupliziere, muss der den Typen Techan Prime Write-Only haben. Und was ich dann bekomme, ist ein Techan Prime Readable. Das heißt, ich habe jetzt die Information, das Ding ist dupliziert worden. In einen Channel kann ich logischerweise nur reinschreiben, wenn er Write-Only ist. und aus einem Channel kann ich logischerweise nur lesen, wenn er Readable ist. Das ist alles jetzt Informationen, die wir auf dem Type-Level haben. Das ist jetzt exakt der gleiche Code wie vorher. Upsa. Ist der Listener hier? Ah, hier wollte ich das machen. Das ist doch eine schöne Fehlermeldung. Ich habe da oben einfach nicht den Channel dupliziert. Also das ist tatsächlich jetzt so eine Fehlermeldung, wo ich sage, danke. Das ist automatisch mal kein Chinesisch. Zugegeben, wenn man so ein bisschen länger mit dem GHC arbeitet, man lernt diese Fehlermeldung irgendwann mal sehr schätzen, die sind nämlich eigentlich gar nicht so schlecht. Es könnte besser sein, aber sie sind gar nicht so schlecht. So, und wenn ich das jetzt, jetzt habe ich das weggemacht und es läuft wieder. Das heißt, ich habe jetzt wirklich die Information, ob ich ein Channel schon mal dupliziert habe, praktisch in mein Typ-System mit eingepeit. und das Spielchen könnt ihr natürlich mit allen möglichen Sachen machen, zum Beispiel mit File Handle. Jetzt habe ich das File Handle schon geschlossen. Solche Sachen. Bestimmte Sachen, Abfragen auf Datenbanken. Ihr könnt praktisch in eure Datenbankentypen reinkodieren, was da für Queries verwendet werden, die von welcher Datenbank irgendwie unterstützt werden. Das ist natürlich jetzt wirklich ziemlich auf Steroiden, aber dann könntet ihr im Grunde eigentlich überprüfen, hey, diese Query, die funktioniert jetzt zum Beispiel nicht auf einer SQLite Datenbank. Und die funktioniert nur auf Postgres und solche Sachen. Also ihr könnt euch beliebig in die Typ-Level-Spielereien damit vertiefen. Also da sind relativ viele coole Sachen möglich. Oder einfach auch könnt ihr sagen, okay gut, ihr könnt hier Sicherheitsinformationen reinpacken. Ihr könnt sagen, diese Information darf ich nur in einem bestimmten Kontext überhaupt bekommen. Oder diese Information darf ich gar nicht auf einem bestimmten Kontext rausreichen. Das geht dann so ein bisschen in die Sache Security-Programmierung. Ihr könnt Sachen machen, wie zum Beispiel, wenn ihr, das ist beides der gleiche Raum. Erst ging die und dann ging die auf. Ihr könnt zum Beispiel Informationen machen, ich habe hier Text. Ist dieser Text vorher schon mal escaped worden, dass ich den in mein HTML einbinden kann? Damit könnt ihr Cross-Site-Scripting-Attacken verhindern. Ihr könnt Sachen verhindern, wie SQL-Injection-Attacken. Dieser String ist schon mal escaped worden. Ich darf den sicher in meine SQL-Query einbetten. Wenn ich wirklich jetzt Strings selbst zusammenbauen sollte, was man nicht macht. Aber manchmal muss man halt, weil irgendwie die Library es nicht auf die Reihe kriegt oder irgendwie solche Sachen. Aber ihr könnt diese Sachen ausschließen. Besonders cool ist das halt wirklich Sachen für so Cross-Site-Scripting-Attacken oder sowas. Ihr habt das Problem einfach nicht mehr. Ihr kriegt den Code nicht mehr durch den Compiler durch, wenn da eine Cross-Site-Scripting-Attacke drin ist. Ich finde, das ist einiges wert. Oh, gut, dass du mich mal darauf hinweist, weil du weißt, worauf es hinausgeht. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn eine Abstraktion kostet, dann benutze ich sie nicht. Viele Leute sagen das sehr gerne mal. Ich habe diese Inline-Sachen und diese Coarse-Klamotten da gemacht. Wenn ihr euch an das Beispiel von gerade erinnert, wo ich einen Typfehler bekommen habe, das Ding, dieser Code, produziert exakt den gleichen Maschinen-Code wie die unsichere Variante. Exakt. Da ist nicht irgendwie, ihr bekommt da nicht irgendwie einen Laufzeit-Impact. Was ich hier im Grunde eigentlich mache ist, okay, gut, bitte das Inline. Der Inliner ist meistens schlau genug, um zu sagen, ja, das kriege ich schon hin, das braucht man nicht extra schreiben, aber ich habe es jetzt hier im Grunde, für mich ist es Dokumentation. Ich weiß, okay, das Zeug wird irgendwann ge-inlined. Was ich hier mache, ist, ich habe ja auf den Slides irgendwie diese Anmerkungen gemacht, zum Beispiel, dass irgendwie ich die Beweise habe, A, dieser Typ A ist gleich einem Bool oder dieser Typ A ist gleich einem Int. Das kann ich hier nutzen. Ich weiß, dass dieser NewType hier um den T-Chan drumrum, der verändert nicht wirklich, wie das Zeug auf der Maschine unten aussieht. Das ist, dieser NewType ist nur Information für den Compiler. Wenn ich einen NewType um Int mache, ist für den Compiler unten am Ende immer noch ein Int da. Das heißt, ich kann die Sachen safe ineinander umwandeln, ohne dass ich jetzt praktisch irgendwie, ja, irgendwie meine Sprache an Sound habe. Dass ich jetzt zum Beispiel anfange, auf einmal aus dem Int ein Bool zu machen oder sowas. Das kann nicht passieren. Würde ich auch wieder einen Compile-Zeitfehler bekommen. Und wenn ich weiß, dass ich Sachen safe ineinander hin und her coercen kann, dann kann ich das mit dieser Coerce-Funktion machen. Und, ja, was hier im Grunde eigentlich passiert, ist, diese Typ-Information wird dann im Grunde einfach weggenommen, dass ich das typechecken kann. Weil im Endeffekt wird dann aus meiner DAP-T-Chain-Prime wird für den Compiler am Ende einfach nur diese Funktion. Und ich bezahle nichts. Die Laufzeitkosten sind exakt genauso wie für der unsicheren Variante. Das ist jetzt tatsächlich etwas, wo man wirklich sinnvolle Sachen mit dem Typ-System machen kann. Ich sehe, ich habe nur noch zehn Minuten, aber so ein bisschen geht noch. Hoffe ich. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich gerne Haskell verbinde. Ihr kriegt wahrscheinlich Kopfschmerzen nach, wenn wir in die anderthalb Stunden auf so wirren Code die ganze Zeit starren müssen. Das kann ich auch total gut nachvollziehen. Ich muss das den ganzen Tag machen. Stellt euch das mit einer Sprache vor, wo ihr nicht sicher wisst, was passiert, wenn ich A plus X rechne. Das kann, das könnte String-Konkatenation sein, das kann eins davon keine Zahl sein, eins davon kein String, dann kurs ich das einfach und auf einmal wird auf eins plus String int wird irgendwie der String elf. Ihr werdet wahnsinnig. Das ist ich habe und das ist auch kein Scherz, man hört inzwischen so aus meinem Büro so von wegen Reitschuh flucht nicht mehr so viel. Mein Büro ist bedeutend lauter geworden, weniger lauter geworden. So, hier nochmal ein bisschen Kühe zum Schluss. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt machen will. Ich glaube, das mit den Indexmonats, das mute ich euch gerade gar nicht mehr zu. Ich gehe einmal nochmal voll in die Vollen. Ihr seht, hier habe ich Spaß. Ich habe auch schon Slides gesehen, wo dann das Brief hier unten ging. Also es gibt viele Language Extensions und man kann alle davon anmachen. Manchmal geht das gut, manchmal nicht. was ich jetzt hier nochmal gebaut habe, ist eine H-Liste. Eine H-Liste ist eine heterogene Liste, wo jedes Element einen eigenen Typen haben kann. Das ist im Grunde eigentlich das Ding, was wir verwenden für unsere Reports. Weil jede Spalte kann einen eigenen Typ haben in unserem Report. Also muss natürlich die Information, welche Spalten wir haben, in Typen, welche Typen, die Spalten haben, irgendwo im Typen kodiert sein. Und ich habe jetzt auch schon wieder dieses Dreifach-Doppelpunkt verwendet. H-List. Machen wir zum Beispiel mal eins vom Typen Int. True. Und Charakter. Ah, nee. Kann ich sogar, habe ich sogar eine Show-Instanz draus. Jetzt gucken wir uns mal den Typen von dem Vogel an. Das ist so ein schöner Typ. Eine H-Liste, wo der erste Wert ein Int ist, der zweite Wert ein Bool und der dritte Wert ein Character. Und solche Scherze kann ich halt verwenden, um mehr oder weniger so eine Art erweiterbare Records zu bauen. Also das ist wirklich das, was wir für unser Reporting-System verwenden, wo wir sagen, okay gut, diese Spalten müssen diese Typen haben. Das geht dann auch weiter, dass dann hier dann auch irgendwelche Typ-Families drauf rumarbeiten, damit wir dann halt damit wir dann halt da irgendwie noch Column-Informationen für unsere Datenbank irgendwie rauskriegen können. Aber die Grundidee ist eigentlich immer dieselbe bei sowas. Und wir können natürlich hier so eine einzelne Liste einfach packen, eine Singleton-Liste. Da wird einfach irgendwas vom Typen A genommen und wir bekommen eine neue H-Liste, wo so ein A drinsteckt. Das ist ein Handel. Hier bin ich jetzt ganz fies. Ich mache jetzt hier eine Append-Funktion auf dem Typ-Level für diese Type-Level-Listen. Wir haben jetzt Listen, die auf dem Typ-Level existieren und die können wir natürlich auch appenden. Und was ich jetzt hier mache, ist eigentlich könnte man sich hier vorstellen, okay, das ist eine Liste von Typen, also so ein Sternchen. Wie wir das da oben zum Beispiel bei der H-List haben. Die A's haben die Kind-Liste von Typen. Aber wir haben ja festgestellt, es gibt ja ganz, ganz viele Kints. Wir können ja selber Kints bauen. Also habe ich jetzt hier praktisch eine Append-Funktion für Listen auf dem Typ-Level gebaut, die polymorph ist. Die ist kein Polymorph. Also wenn ihr Append baut, dann ist das ja eine Liste von A's mit einer Liste von A's, die werden zusammen appended. Die ist ja polymorph, die kümmert sich nicht um die A's. Dieses Append auf dem Type-Level kümmert sich nicht um die Kints. Das heißt, ihr könnt auch solche Sachen wie Parametrizität auf dem Kind-Level machen. Für den Fall, dass ihr Parametrizität, ich seh schon, Jonas läuft rot an und lacht sich gerade einen Ast. Ich finde das auch großartig. Aber ihr könnt diese Idee von Parametrizität, die Jonas, glaube ich, in ein paar letzten Vorlesungen versucht hat einzuhämmern. Das war diese Idee von wir haben folgende Typ-Signatur, also weiß ich ganz genau was funktioniert. Genau, dieses Theorems-for-free-Prinzip. Ich kann gratis Theoreme, nur ich gucke nur auf die Typ-Signatur und weiß, ich weiß exakt, was das Ding macht. Die Idee könnt ihr weiter oben spielen auf dem Kind-Level. Besonders auf dem Typ-Level. Und das ist halt schon, ich finde das abgefahren. Also das war definitiv relativ anstrengend, als ich das das erste Mal gesehen habe. Hier können wir auch wieder unsere Append-Funktion bauen. Wir haben zwei H-Listen. Einmal ist hier eine Liste TS, einmal eine Liste TS-Prime. Am Ende kommt eine H-Liste raus, wo diese beiden Typ-Level-Listen auch wieder zusammenappendet wurden. Und wir wollen gerne auch Listen reversen. Also habe ich eine Reverse-Funktion, die auch wieder Polymorph ist. Das heißt, ich kann hier praktisch leere Liste reversen und hier reverse ich die Type-Level-Liste. Ich nehme den Head und den Tail. Ich kann auch Pattern-Matchen halten jetzt auf einmal auf dem Typ-Level. Und dann gehe ich da einfach drüber. Das ist jetzt natürlich nicht besonders effizient, aber es läuft ja nur einmal. Ja, und dann können wir auch halt hier diese Reverse-Funktion bauen. Und wenn man so einen Record hat, dann möchte ich eigentlich auch ganz gerne die Elemente wieder rauskriegen. Also wir möchten einen Type-Safe-Lookup haben. Das Problem ist nur jetzt, der Lookup, der Rückgabetyp ist ja abhängig von dem Element, das ich haben will. Also müssen wir hier wieder ein bisschen rumspielen. Und das geht jetzt auch so ein bisschen in diese Dependent-Type-Itris-Ecke. Wenn ich zum Beispiel weiß, okay gut, ich bin an dem Element angekommen, was ich haben will, dann nehme ich von meiner Type-Level-List den Head und das ist das Ding, was ich zurückbekommen möchte. Also ich suche jetzt praktisch zum Beispiel irgendwas von Typen Int. Und wenn die beiden Dinger matchen, weiß ich Bescheid. Wenn ich hier irgendeine Type-Level-Liste habe und ich suche in dieser Type-Level-Liste ein X und ich weiß, dass es hier drin, dann ist logischerweise, auch wenn ich irgendein Y davor knappe, ist das X immer noch in diesem Y drin. Das kann man daraus Schlussfolgerungen und das können wir hier wieder praktisch rein-encoden. Und was ich jetzt hier mache, ist, okay, ich habe eine Type-Level-Liste TS, ich weiß, es existiert ein X in dem Ding drin, hier habe ich die H-Liste, da sind diese TSS drin, also muss ich irgendwie in der Lage sein, dieses X daraus zu bekommen. Und das passiert hier. Hier habe ich praktisch, sage ich, okay, gut, ich habe mein Element gefunden, also ihr könnt euch, das sind wieder wie so eine Art Nummer, ich kann sagen, Pop, 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 Stop, genau wie Sack, Sack, Zero. Und ich kann praktisch hier auch wieder rekursiv drüber wandern und das Lustige ist, das Ding gibt mir auch gleich den richtigen Typen zurück. Das heißt, ich habe hier dann auch, ups, ja, ja, habe ich schon gesehen, aber danke. Lookup, Stop, auf H, erstes Element, ist ein Int, das sich gelten. Können auch mal gerne hier, Symbol, das ist ein Int. Können tatsächlich jetzt auch, und das ist halt auch wieder so ein Lookup, der dann auch wieder type safe ist. Also hier wissen wir dann, können wir dann tatsächlich den richtigen Typen auch gleichzeitig raus projizieren. So, ich sehe, ich habe nur noch vier Minuten, darum spare ich mich eben jetzt mal die Index Monats einfach. Ihr habt eine Menge guter Fragen gestellt, vielleicht wollt ihr noch welche stellen, ansonsten wäre ich jetzt erstmal durch. Ja? Du kannst, man kann da sicherlich auch noch ein bisschen bessere Sachen für nehmen, also bei dem Ding ist es jetzt natürlich eher ein bisschen mehr Demo als tatsächlich sinnvoll. Ich gebe auch zu, dass ich bei den Haarlisten selten tatsächlich wirklich einen Lookup nehme, sondern da betrachte ich eher die ganze Struktur. Man kann auch ein Pattern-Match machen in einigen Fällen, aber ja, bei dem Fall ist es ein bisschen hässlich. Also ich würde mir hier eigentlich noch ein bisschen Zucker wünschen, ein bisschen syntaktischen Zucker, dass man tatsächlich da irgendwie, in Idris gibt es die schöne Möglichkeit, dass man da diese Proofs automatisch generieren kann. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es da jetzt irgendwie schon irgendwas abgefahrenes in Haskell gibt, aber ich finde das auch nicht schön, wenn man so wirklich diese Stop, Stop, da gebe ich dir völlig recht, also Pop, 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 Stop schreiben ist ein bisschen nervig. Also ich würde mir da eigentlich Zucker für wünschen, damit man da ein bisschen schöner arbeiten kann. Vielleicht gibt es das auch schon in der Library. Müsste ich mal gucken. Also Vinyl ist zum Beispiel eine Library, die mit so Extensible Records arbeitet. Da müsste man mal gucken. Ich glaube, die haben da eine schlauere Lösung für als das, was ich jetzt gemacht habe. Das ist natürlich ein sehr naiver Ansatz, das zu machen. Aber ich denke, das ist, glaube ich, so vom Didaktischen, glaube ich, der einfachste. Ja, noch ein paar Fragen? Ja, schütteln die Köpfe, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. So.